Die Zürcher Prozesse thematisieren das, was die Demokratie ausmacht, nämlich die Qualität der öffentlichen Kommunikation. Und diese Qualität der öffentlichen Kommunikation ist in jüngster Zeit unter die Räder gekommen. Und die Prozesse geben Gelegenheit, diese Räder zum Thema zu machen. Und vielleicht dann auch das Bewusstsein, dass unter einer dünnen Fähniss der Zivilisation die Barbarei lauert, wieder etwas breiter bekannt zu machen.